Hallo zu einer neuen Ausgabe Experten Talk. Ich bin René Reiter und stelle heute wieder spannende Fragen an Branchenexperten. Sie sind doch auch Experte auf Ihrem Gebiet? Dann sagen Sie das Ihrer Zielgruppe. Mit Videos werden Sie sehr schnell sympathisch bekannt. Heute begrüßen wir Herrn Axel Uhlmann von der Bayerischen Versicherungskammer zum Thema Unternehmensversicherungen. Unternehmensversicherungen sind heute ein wichtiger Bestandteil in der Absicherung eines jeden Unternehmens. Lieber Herr Uhlmann, wenn es denn jetzt um das Thema Versicherungen geht und im Worst-Case-Falle buchstäblich die Hütte brennt, wie kann ich denn da mein Unternehmen schützen? Was können Sie da unseren Zuschauern empfehlen? Gute Frage, Herr Reiter. Das ist das Worst-Case-Szenarium. Alles ist abgebrannt. Der gesamte Betrieb steht in der Tat ein schlimmes Ereignis. Wir raten dem Kunden generell zu einem Jahresgespräch, um alle Summen regelmäßig zu überprüfen, anzupassen. Desweiteren empfehlen wir Ihnen, und das ist eine ganz wichtige Versicherung, die sogenannte Betriebsunterbrechung mit den passenden Versicherungszeiten. Desweiteren natürlich die Inhalt- und die Elektronikversicherung. Dann fährt der Kunde im Regelfall sehr gut und hat keine Probleme bei der Regulierung. Das sind natürlich wichtige Informationen, die wir hier heute von Ihnen erfahren. Also das heißt, die Versicherung unterstützt mich dann bereits schon beim Stillstand meines Unternehmens auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite ist es ja so, dass wenn wir heute ein Unternehmen führen, dann haben wir ja neben dem Gebäude und den Dingen, die wir gerade von Herrn Ullmann erfahren haben, auch Inhalte. Das heißt große Einrichtungen, elektronische Geräte, Maschinen etc. Herr Ullmann, wie steht es denn hier um diese Inhalte, die gegebenenfalls dann auch verloren gehen? Auch hier werden die Fragen im Regelfall jährlich mit dem Kunden abgesprochen, um die passenden Summen für sein ganzes Inventar, das er sich im Lauf der Zeit angesammelt hat, dementsprechend mit den richtigen Summen anzupassen. Dadurch entsteht keine Unterversicherung und der Kunde ist im Worst Case bestens abgesichert. Ja Herr Ullmann, herzlichen Dank an dieser Stelle für diese spannenden und wichtigen Informationen. Ich denke für jeden, der hier zuschaut und an Unternehmen zu verantworten hat, sind das hier Dinge, die uns doch zum Nachdenken anregen. Und so wie Herr Axel Ullmann von der Bayerischen Versicherungskammer aus Ansbach uns jetzt hier interessante Informationen gegeben hat, können auch Sie den Experten Talk für Ihr Unternehmen nutzen, um wertvolle Inhalte für Ihre Webseite zu schaffen, um natürlich noch mehr Reichweite in Ihre Social Media Kanäle zu bringen und für ein starkes, sehr starkes Vertriebswachstum letztendlich zu sorgen. Für weitere Informationen zum Thema Experten Talk rufen Sie uns an unter 0981 97 014 0 oder schreiben uns eine E-Mail direkt unter info at reiter-schweiger.de. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal, vielleicht auch mit Ihnen im Experten Talk. Ihr René Reiter. Auf das war jetzt ganz okay. Auf das war jetzt ganz okay. Vielen Dank. Vielen Dank.